Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit eurem Mr. Toasty. Wir spielen heute mal ein Konsolen... äh... Ein Adventure auf Konsole, kein Konsol-Adventure. So. Der Raven. Richtig geil gemacht. Schon etwas älter. Also ein paar Monate, glaube ich. Und ich drücke mal Start. Ja, Festplatte. So, äh... Ich gucke mal kurz in Einstellungen, was wir hier machen können. Weil ich spiele das hier blind. Also ich habe es schon mal gesehen. Aber trotzdem, ich werde die Musik-Lautstärke wieder besonders setzen. Audiosprache Deutsch, Untertitelsprache, Untertitelsprache Deutsch. Ja, na klar. So. Super. Das klingt doch schon viel besser. Und wir machen mal ein neues Spiel. Und genau starten. Und genau starten. Dramatische Musik. Ah... Dramatische Musik. Nordic Games, der Adventure Company. Ha! Der Erbe des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold! Hast du das schon gelesen? Harold? 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 Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Psst! Bleiben Sie ruhig! Ich bin Polizist! Ich bin auf Ihrer Seite! Ein Polizist? Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold? Da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge des Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Sch! Machen Sie die aus! Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen. Verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was? Halt! Stop! Sie sind verhaftet! Es war der Erachtssort für Sie, Mann. Diebomos Wir were. Wir waren. Wir waren. Wir waren. Wir waren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, betrachte den Geiger. Der Geiger ist jung und attraktiv. Und er fährt durch die schönste Berglandschaft der Welt. Man kann nur hoffen, seine Geige ist besser gestimmt als er. Aha. Was hat er denn? Hallo, der Herr. Grüße. Grüße. Wer ist der? Wie ich sehe, sind Sie Geiger? Ja, das stimmt. Ein wundervolles Instrument. Die Musik der Geige spricht direkt zur Seele. Deswegen habe ich Sie spielen gelernt. Spielen Sie in einem Orchester? Nein, Orchester sind nicht meine Welt. Ein Solo-Geiger. Die Besten Ihrer Zunft kommen viel herum und verdienen eine schöne Stange Geld, wie man liest. Dann gehöre ich wohl leider nicht zu den Besten. Wohin reist ihr und wenn ich die Vorkommission verabschiede? Fahren Sie durch bis nach Istanbul? Nein, ich steige in Venedig um. Auf ein Schiff. Ich bin am Weg nach Cairo. Cairo? Ich spiele dort auf einer Vernissage im Ägyptischen Museum. Ungewöhnliche Vorkommnisse. Ich bin sicher, Ihr Auftritt wird ein großer Erfolg. Aber sagen Sie, ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Etwas Ungewöhnliches? Personen, die sich verdächtig verhalten haben, zum Beispiel. Um Gottes Willen, gibt es einen Grund zur Besorgnis? Alles in Ordnung, mein Herr. Wir Schweizer sind nur vorsichtige Leute. Verstehe. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Danke sehr. Bitteschön. Ach, der Schweizer Dialekt. Betrachtet das Buch. Das Pfarrhaus im Spiegel. Eine Kriminalgeschichte meiner Lieblingsautorin, Lady Clarissa Westmacott. Ich versuche schon seit Jahren, meine Theatergruppe zu überzeugen, eines ihrer Stücke auf die Bühne zu bringen. Aha. Weiter geht's. Wer langt? Jawohl. Da geht's durch. Das hier ist der erste Waggon des Zuges. Hinter der Tür dürfte direkt der Kohletender sein. Und davor die beeindruckende Dampflok. Na gut, gucken wir uns das mal an. Die große Landkarte zeigt unterschiedliche Reiserouten des Orient Express. Dieser Zug ist in Paris gestartet und endet wie immer in Istanbul. Leider wird er den Großteil der Strecke ohne mich bewältigen. Leider, ja. Ja, aber wir gucken uns natürlich mal kurz die schönen Landschaft da draußen an. Gebirge, Gebirge, Gebirge. Und immer die gleichen Steine. Zu freundlich. Danke. Oh, Verzeihung. Kein Problem, die Uniform ist wasserfest, Mr... Lucien, Professor Edgar Lucien. Oh, ein Professor? Sind Sie Forscher? Arbeiten Sie vielleicht an der Sorbonne? Nein, ich arbeite im Britischen Museum in London. Was Sie nicht sagen. Einbruchmuseum. Zieh seine Reise. Verdächtiges beobachtet. Dann haben Sie den Einbruch vor zwei Tagen ja sozusagen hautnah miterlebt. Nein. Das kann man so nicht sagen. Nein? Es hat einige Aufregung gegeben, aber ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. In Ihrem Museum wird eingebrochen? Und es hat Sie nicht weiter gekümmert? Nun, mich interessiert kaum etwas, das in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Inspektor Legrand. Ganz wie Sie meinen. Der berühmte Inspektor Legrand ist im Zug. Ich vermute, Sie kennen ihn. Ähm, nein. Sollte ich? Sie kennen ihn nicht? Und Sie wissen auch nicht, was er hier tut? Nein. Warum sollte ich? Ich dachte nur, Sie als Vertreter des Britischen Museums. Ein bewachter Tresor im Zug. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Zieh seine Reise. Wohin Sie fahren? Natürlich. Nach Venedig. Ich treffe mich dort mit einigen Kollegen. Venedig. Eine wundervolle Stadt, wie man so hört. Gewiss. Aber ich muss mich nun wirklich verabschieden. Verdächtiges beobachtet. Nur eines noch. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hier? Im Zug? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich war allerdings auch fast die ganze Zeit in meinem Abteil. Ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten. Aber Sie verstehen schon, dass mich vor allem die Gegenwart und da insbesondere der Einbruch ins Museum interessiert. Natürlich, natürlich. Es ist nur... Ich habe es etwas eilig. Sie werden mir doch Bescheid geben, wenn Ihnen etwas Seltsames auffällt, Herr Professor. Aber natürlich, Herr Wachtmeister. Was... Was soll das? Ist etwas, Sir? Die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Na, das werden wir gleich haben. Das Abteil ist abgeschlossen. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich habe den Stuart gefragt. Der wollte mir einen bringen, ist aber nicht zurückgekommen. Irgendjemand hat abgeschlossen. Finden Sie den Stuart. Er soll mir sofort den Schlüssel bringen. Beruhen Sie sich, Herr Professor. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Sie verstehen nicht. Ich muss in mein Abteil. Also schön. Warten Sie hier. Speichern. So. Betrachtet die abgeschlossenen Tür. Eventuell hat ein umsichtiger Schaffner bemerkt, dass Professor Lucien nicht in seinem Abteil war und hat es abgeschlossen. Vielleicht. Gucken wir den Lucien uns mal an. Er macht keinen sehr ausgeglichenen Eindruck. Das stimmt. Und ausgerechnet ihn soll ein Einbruch in sein Museum kalt lassen? Tja. Wer weiß. Aber wir gehen an das Band ihm vorbei und gehen einen Schritt weiter. Baronin von Trebiz steht auf dem kleinen Schild an der Tür. Blaues Blut im Orient Express. So, so. Ja. Klopfen wir mal an. Ja.